st bis auf das Jahr denn schon ist kaputt Helikopter wieder Naja, hier ist jetzt nichts mehr ja, hoffe es hat euch gefallen wir sind uns dann beim nächsten Mal wieder bis denn und tschö So, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Amadai ja, ich spiele heute mal eine Mission die ich mir aus dem Workshop gedownloadet habe und zwar nennt sich das ganze der Sniper und schwer zu erkennen, habe ich auch ein Scharfschutz und Gewehr das heißt, wir werden ja, etwas aus der Entfernung schießen ähm, gut ich habe ja eigentlich schon alles Wichtige dabei ich könnte mir noch eine Rauchgranate mitnehmen zur Sicherheit falls die eine leer geht also, ich die eine verbrauche so falls es ja irgendwelche geübt Entfernungssuch habe ich dabei ok, das passt alles ähm was soll ich an? ich sehe aus wie ein Scharfschutz ja, fangen wir mal an ähm, ich soll jemanden finden unsere Ausscheidung, so wie ich das bis jetzt gehört habe mal gucken, wie viel finden sie dabei ist so kill all the officers so gut, wir haben hier in Entfernung von ja, 600 Meter und etwas mehr so gut ein bisschen das zu cars glatt machen so so gut was sind die Officer muss ich wissen, was ein Officer ist für mich noch irgendjemand der außergewöhnlich aussieht aber kommt mir nicht so vor ich war kurz mit dem Entfernungsmesser der hier werden von 602 Metern gut 600 Metern ok Treffer ich hab vergessen wo die scheiße ja ich hätte mich einnehmen sollen ich weiß nicht mehr wo der Granatenknopf ist ich guck jetzt nach so und ich muss ich besser verschanzen Infanteriebewegung ne Waffen werfen T versuch's von da oben so kill all the officers das gleich gibt es mehr also wahrscheinlich so ein bisschen weiter runtergehen ok gut dazu mal noch ein paar Officer ähm jetzt wünsche ich den Entfernungsmesser ähm das wünsche ich den Entfernungsmesser ab 1 2 1 2 3 4 ach du kacke ok ich mach erstmal den ersten den leichtesten den leichtesten den hier so 600 Meter 3 2 1 und nein ich warte noch kurz nein ich werde hier gescheit hinschocken und 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 auf und und Jetzt aber, ich hab ja noch nicht getroffen. So, 600 Meter, ja, okay, jetzt, so, 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 wenn wir es schon haben, ja, wir sind ja eindeutig unsichtbar, auch kein Rauch mehr, der uns verraten könnte, das ist gut, sehr gut, also von da unten kann es jetzt definitiv keiner sehen, da können die, ähm, auch Thermalvisiere benutzen, das stört mich hier oben überhaupt nicht, weil ich eben hier so eine schöne Mauer habe, gut, gut, kann man noch mal vorkommen, langsam, allweil ich euch dann nimmst, nochmals in der Höhere Entfernung, das sind 60,50 Meter, das konnte so 700 Meter bis dahinten sein,